Liebe Zuschauer, die Fistorelle gab es in der vergangenen Saison. Zweimal im Freistil konnte Arthur Eisenkain in Blau mit 18 zu 15 gewinnen. Im griechisch-römischen Stil konnte Kubak Demir mit 8 zu 3 gewinnen. Wir sind also gespannt, wie es jetzt ausgeht. 57 Kilogramm freier Stil, also für unsere Gäste. Ich habe auch noch einmal Wort. Jetzt bin ich im Karrieren 28 Jahre alt und dreimal Dritter bei den deutschen Meisterschaften geworden. Arthur Eisenkain und für den Restaurant der Wanderlangenheim, unser Youngster, 17 Jahre alt. Hurra, Diggi! Hurra, Diggi! Hurra, Diggi! UNTERTITELUNG 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 Froh, 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 Froh! UNTERTITELUNG 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 Auf der Matte kannst du dann gleich weitergehen mit der zweiten Union. Wir sind gespannt, ob es Buak-Tegi erschafft sich hier im freien Stil. So, der Morgere-Werk Aachen hat natürlich dieses Jahr einen anderen Schritt nach vorne gemacht. Die Jungs-Buschauer, das hätte ich vor Ihnen schon gesagt. Die Reichssaisonsiege konnte bislang einfach dieses Jahr dritter bei den Union-Deutschen-Meinschaften. Und der Fünfter bei der Carden-Näheer, unser Youngster Buak-Tegi. Wir sehen uns zur Information. Aufgrund der Verletzungszeit eben Buak-Tegi hat Arthur Eisenkai keine Punkte hatten und verkürzt somit auf 6 zu 5. Aufgrund der Bordeur zu angeln! Aufgrund der Bordeur zu angeln! Hochschule, Hochschule, Hochschule! Hochschule, Hochschule, Hochschule! Hochschule, Hochschule, Hochschule! 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 und die Aktivitätszahlen aufregend, das heißt, er hat 30 Sekunden Zeitung für eine Werfungsverziehung. Das heißt, er hat 30 Sekunden Zeitung für eine Werfungsverziehung. Das heißt, er hat 30 Sekunden Zeitung für eine Werfungsverziehung. Das heißt, er hat 30 Sekunden Zeitung für eine Werfungsverziehung. Er hat 30 Sekunden Zeitung für eine Werfungsverziehung. Das heißt, er hat 30 Sekunden Zeitung für eine Werfungsverziehung. Er hat 30 Sekunden Zeitung für eine Werfungsverziehung. Er hat 30 Sekunden Zeitung für eine Werfungsverziehung. Vielen Dank.